Herzlich! So, ist das nur so eine dramaturgische Pause? Ach, mir wär heute noch was für wunderschönem, vielleicht einen kleinen Leihengst mit einem kleinen Standing Ovation? Aber das wär doch was! Hallo Mädels! Wie wär denn so ein Plotter Dreier? Wie mit euch? Naja, wenn du genug Strom auf dem Tint hast... Ah, da ist der Sträuch! Wo hast du meine Marmelade gelassen? Ach, das stimmt! Er kotzt Marmelade! Schade, jetzt ist die ganze Nummer im Arsch! Ich mag keine Marmelade! Was machen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir den anderen suchen! Du, sieh mal! Das ist er doch! Ach, hallo Gevatter! Eine Frage! Sind Sie frisch im Schritt und haben Sie zufällig eine halbe Stunde Zeit? Weg! Weg! Nur weg! Tippinitippinitipp! Tippinitipp! Noch! Tippinitipp! Tippinit! Oh, alles feucht hier! Jetzt haben wir ihn gleich! Du von oben, ich von unten! So, und hier ist die Latte zu Ende! Ach, Mädels! Bitte lasst mich gehen! Ihr habt doch gar nichts von mir! Los, rauf! Das wird ausprobiert! Und dieser Kaffee-Wärmer kommt runter! Wozu ist der überhaupt? Damit er mich warm hält! Ach, Hallohin! Da ist er doch! Du Strolch! Wie denn? Ihr kennt euch ja! Das ist mein warmer Bruder! Er ist der schwarze Schaf der Familie! Weil der Papa immer mit deinen Puppen gespielt hat! So! Und jetzt wird geheiratet! Und damit du weißt, wo der Knüppel herkommt! Immer von hinten kommt er jetzt! Von hinten kommt er! Auf uns! Und auf unseren Scheiß-Start! Auf uns! Auf uns! Wo! Ab Chrome! Auf uns! Pas wenn es www.dufs-Enter assumed. Jetzt 춤ierst! Dann liegen für dieses Fall weren't notwendig! Anwesen.